Der Mensch ist halt ein Gewohner als Tier. Wir kaufen immer das Gleiche, wir haben immer die gleichen Marken. Und ich glaube, man muss einfach so ein bisschen mutiger mal durch den Supermarkt gehen, vielleicht sich auch ein Rezept einfach mal die Woche raussuchen, was man einfach mal ausprobieren will und sich da so ein bisschen rantasten. Und ich glaube, dann findet man mit der Zeit auch Rezepte, Lebensmittel oder bestimmte Gerichte, die man dann super findet und die man dann auch wiederholen kann bis zum Get-No. Ja, ich glaube, einfach mal mutiger durch den Supermarkt gehen und mal zu anderen Regalen laufen und gucken, was da so los ist. Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl.